So, und damit willkommen zurück zu The Walking Dead. Das müsste Folge 9 sein. Brauchst du ihn wirklich? So, wollen wir erst mal mit ihm reden? Der Neuer? Du bist der beste. Ich versuche dir. Ich kann nicht glauben, dass wir da einfach Mr. Parker verlassen. Ich versuchte. Wir haben wirklich gemacht. Wir sind einfach aus Zeit. Es gab nichts anderes, was wir tun können. Also, wer bist du? Also, wer sind Sie, Leute? Unsere Gruppe wollen wissen. Ich bin Ben. Ben Paul. Der Mann im Auto ist Travis. Er hat mit mir in der Schule gespielt. Ich bin mit mir. Mr. Parker war der Banddirektor, aber... Gott, ich kann nicht glauben, dass wir ihn verlassen haben. Hm. Wie geht's dir so? Wie hältst du dich, Kind? Uh, ich... Ich, ähm... Ich habe mich gefragt, ob ich habe etwas gemacht, um zu helfen. Eine Art von... Ich weiß nicht. Eine Art von... Du kriegst auch erst mal noch nichts zu essen? Ich hoffe so. So, dann Clementine. Oh, sie malt eine Katze. Hast du noch das Walkie-Talkie? Geht es dir gut? Geht es dir gut? Ah, sieht schlecht aus. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich hoffe, du wirst. Ich bin so hungry, Lee. Ich hoffe, ich werde bald essen. Okay, ich glaube, die Kinder, also die zwei Kleinen, die kriegen auf jeden Fall was zu essen. Aber erstmal noch mit... ...Duck reden, glaube ich. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich bin okay. Ich und Clementine sind coloriert. Glaubst du, was es ist? Ich weiß nicht. Ein Tier? Nein. Oh, ich weiß! Es ist eine Katze, oder? Nein! Das ist eine Katze. Okay. Also nur Clementine hat bisher gesagt, dass sie hungrig ist. Ich gebe erst mal Duck was zu essen. Ähm, halben Apfel geben. Hier. Oh, heck yes! Ist es eine Katze? Was denkst du, Duck? Nein, wahrscheinlich nicht. So. Und Clementine bekommt auch was zu essen. Hier, Clem. Du brauchst was zu essen. Äh, ich habe da noch eine zweite Hälfte vom Apfel. Ein Stück Dörfleisch. Äh. Cracker und Käse geben. Dörfleisch, da. Okay. Ein Sonntag wäre besser, nächste Mal. Ich habe das in minde. So. Gucken wir mal zu Kenny. So. Worte sind raus, dass du den Motor in willst. Das weiß ich nicht, Lea. Das ist wahrscheinlich unsere beste Betrachtung. Ich bin nicht sicher, dass das die beste Idee ist. Du hast Glenn's Glück gegeben, als er ging. Ich frage mich, dass du auch meine Wahl geschehen hast. Ja, aber er ging, um seine Freunde zu finden. Deine Familie ist hier. Hier. Hier ist uns nicht gut. Du solltest dich mit uns kommen. Du und Clem. Ähm. Du solltest hier bleiben. Das mit der Küste ist eine gute Idee. Hm. Die Küste klingt wie eine smarte Idee. Vielleicht ist das die beste Sache. Ich weiß, dass es ist. Ich nehme meine Familie. Okay. Könnten wir noch was bei ihm machen? Was den Typen in der Bärenfaller angeht. Der Mann in der Bärenfaller. Du denkst, dass wir zu früh aufgerufen haben? Ich denke, wenn ich nur noch ein paar Minuten hatte. Du sahst diesen Mann? Sein Leger war komplett aufgerissen. Auch wenn du ihn ausgerissen hast. Was dann? Ich hatte meine Familie in mind. Und du musst über Clementine denken. Wir müssen für sie leben bleiben. Wir müssen für sie leben bleiben. Oh, stimmt. Hm. Scheiße. Wollen wir uns, dass die Dinge vor allem besser werden. Establier. Es ist eine Denken hier abzauen. Ja, aber fast keiner ist mehr. Du weißt, dass die Leute das merken. Schau, ich arbeite meinen Arsch, um sicher, dass wir hier ein gutes Setup haben. Und Kenny das einfach nicht empfiehlt. Alles, was wir brauchen, ist Essen. Aber es ist kein Essen. Du weißt das besser als jemand. Na, wir müssen nur ein bisschen finden. Okay, wir müssen Essen finden. Ja, sehr gut. Das gehört ja mit zu Duck. Und Duck hat ja schon was zu essen bekommen. Hey Duck. Und das ist der andere Duck. Ich glaube nicht, dass ich dich interessieren könnte. Du kriegst auch noch was zu essen. Cracker und Käse. Bitte sehr. Eigentlich... Warum nicht du heute mein Geld? Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass es nicht wichtig war, warum du mich und nicht Curly schaffst. Aber... Ich schaue dir viel mehr als halb einer Ration. Hey! Wenn Doughboy nicht das Essen nicht will, dann gehst du es hier hin. Es funktioniert nicht so. Ich entscheide, wer das Essen bekommt. Ich entscheide, smart. Du möchtest nicht wirklich mich auf, oder? So... Na gut, dann kriegst du... Und der schon die Axt bekommen hat. Noch... Noch zweimal Essen da... Mark, hier hast du was zu essen. Käse und Träger. Danke, Lee. Eine Ration habe ich noch. Und ich werde die Ration... Jemanden geben. Ich sehe doch noch fit aus. Hier. Ich will nichts von dir aus. Ich kann... Ich kann... Ich weiß nicht... ? Ich kann... Ja? Was ist mit meinem Essen passiert? Es gibt niemanden mehr. Du tritt immer Menschen wie das, und deine Tage in dieser Gruppe sind number. Du willst sprechen, old man. Ja? Ich sehe nicht, dass du auf dieser Wand arbeiten. Ken, Lee! Komm her, bitte. Er hat es nicht gemacht, hat er? Er hat zu viel Blut verloren. Gott, verdammt! Ich bin zu viel Blut. Ken, zurück. Es gibt nichts... Es gibt nichts gegen ihn. Aber... Er braucht nur Zeit. Es war eine Schmerz. Der Mann, den du hast, habe ich versucht. Aber er wird niemals überleben. Ja, zumindest ist er kein Problem mehr. Was für den anderen Kind? Ich bin... Faktion! Ich bin... O-o! Oh... Er... Shit, it's stuck! I got him! Komm! Scheiße! Oh my God! They are dead. Man, there... What should I do? Shit, it's stuck! Oh my God! Come, 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 come! Push it off! I don't wanna hit you! Scheiße! Move, move! Shit, it's stuck! Come, now give him Mühe. Triff doch mal seinen Kopf. I got him! So, now... Or do something else. Push it off! I don't wanna hit you! Was muss ich drücken? Verdammt! Was muss ich drücken? Move, move! Shit, it's stuck! I got him! Los jetzt! Gib dir doch mal Mühe! Stop sie weg! Ich hab dich! Gott sei dank! Oh, thanks! Oh! No problem. We gotta watch each other's backs, right? Why'd you bring him here in the first place? Dad, calm down. Nicht auf das? Wenn du nicht verletzt hast, ist das nur was passiert. Es wird passieren mit allen uns. Du lügst. Du lügst. Das ist wahr. Ich versuche es. Vielleicht ist er richtig. Ich habe nicht gesehen. Es würde erklären, warum es so viele von ihnen gibt. Jesus Christ. Wenn du einfach sterben, dann ist das alles. Das ist alles, was es braucht. Ein fötter Fahrrad und eine Familie von 5 wird in eine Familie von Walkers. Als ich das gesehen habe, waren wir alle in einem Gym. Und alle glaubten, dass wir endlich sicher sind. Aber eine von den Mädchen, Jenny Pitcher, ich glaube, sie konnte es nicht nehmen. Sie hat einige Pille genommen. Aber viele davon. Jemand ging in die Mädchen die nächste Morgen. Und... Gott. Oh oh. Alarm ist weg. Da waren gerade zwei Leute. Natürlich funktioniert es. Ich habe dir gesagt. Scheiße, woher kommt dieser String? Schau, woher gehst du, Mann. Wer sind diese Leute? Ich weiß nicht. Wenn sie freundlich sind, wollen wir sie nicht verletzen. Sie sind nicht Teil Ihrer Gruppe, sind sie? Nein. Herr Parker, Travis und ich waren die letzten... Die letzten... Die letzten... Es gibt nur zwei von ihnen. Wir müssen eine Behandlung machen. Nein. Wir haben eine Routine. Wir können sie nicht verletzen, wenn wir nicht müssen. Alles klar? Ja. Ich weiß nicht, wie du noch ist, Mann. Entschuldigung, Lilly. Wir müssen das machen. Das ist weit genug. Oh, schau. Okay, okay. Nein, kein Problem. So, die haben wir... Sind Sie armiert? Ja. Für Schutz. Der Degg könnte irgendwo sein. Aber ich glaube, du hast hier die Oberhandlung. Was brauchen Sie gas für? Unsere Ort wird sich verletzt durch eine elektrische Fenze. Generator provide die Elektrisität. Unsere Generator fahren auf Gas. Wir haben ein Däiri-Farm ein paar Kilometer über die Straße. Wenn Sie alle bereitstellen, dass Sie sich schäuern, dann können wir darüber sprechen. Wie geht ihr mit dem Essen? Wir haben viel mit dem Däiri-Farm. Lee, warum Sie und Mark schauen, ob es das ist? Ich gehe auch. Veröffentlichen die Zahlen, wenn wir nichts verletzt haben. Also, was Sie denken? Das ist gut. Okay, wir kommen mit. Du hast ein Problem. Wir bringen ein bisschen Gas für Sie, Däiri. In exchange, Sie geben uns ein Essen für zurück. Wir werden sehen, wie es geht von dort. Das ist gut. Ein paar Gallen sollte einen unserer Generator für einen Zeitpunkt. Hmm. So, diese Däiri, Sie haben wirklich Essen? Ja, sicher. Wir haben die meisten von den Kädeln, aber wir haben noch viel Milch, Butter und Cheese stocked. Und mit den Vegetablenen, wir haben viel Essen. Danke, dass Sie kommen, Däiri. Ja. Ich möchte einen Blick auf die Elektrische Fenze sprechen. Es könnte mir ein paar Ideen für etwas, wo ich auf dem Motorrad. Kann eine Elektrische Fenze wirklich stoppen Walkers? Ja, das ist gut. Wenn die Walkers nicht komplett enthüren und die Fenze hat genug Juice, ja, es scheint plausibel. Die Elektrische Fenze ist eigentlich aus der Mitte, von der Mitte. Ich glaube so. Wenn ein Walker in Kontakt mit der Fenze bleibt, es wird dann auch in der Mitte. Es wird dann auch ein Zeitpunkt. Das kann nicht gut sein. Unless es schmeckt wie Jerk. Man, ich könnte für ein Jerk. Ich hätte nicht das Essen geöffnet mir vorhin. Das ist eine Runaweig trainiert. Sorry. Was hast du da? Oh, nichts. Es war nur ein Laser-Pointer, die ich in der letzten Reise habe, während unserer letzte Reise zu der Drugsstor. Ich meine, danke Gott, Lee kamen, wenn er das gemacht hat. Genau, Lee? Ja. Warum sagst du uns etwas mehr über dich, Lee? Woher bist du? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Hier in der heart of Georgia. Das ist das, was ich höre zu hören. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Lilly. Ich bin... Ja. Und los. Also, ertauchen wir uns mit. Wir würden uns mit die Garten gehen. Wie ich sagte, wir haben viele Wasser zu holen. Und wir haben mehr Wasser und... ganz ehrlich gesagt, wir könnten immer eine falsche Hilfe geben. Ja, das ist toll. Alles hilft. Mama hat sich gesteckt... Ich bin in der Dairy für so lange wie ich erinnere mich, aber jetzt... Ich bin ja mal freundlich. Oder der zumindest. Okay vielleicht sind die anderen Molkocher ja doch cool. Ich dachte die locken mich in die Falle. So und ich denke mal damit beenden wir diese Folge. Tschüss, ciao, bye, bis zum nächsten Mal.